Freunde, eine fette 566 Euro in den Chat, wenn ihr Bock auf den Stream habt. Shit! Yeah! Hi! Was geht ab, Tricas? Ja, ich hab alles gebrochen. Freunde, tut mir leid, wir kamen wegen Emre zu spät. Auf jeden Fall. Also, wir haben wirklich nichts damit zu tun. Shit! Freunde, wo sind wir? Wir sind... Ja, sag mal kurz. Ich weiß, hab's dir jetzt akustisch nicht verstanden. Darf ich mal was sehen? Auf dem berüchtigten... What? Shit! Ja! Wir sind ja richtige Fußball-Streamer. Ey, 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 warte, warte. Warte, wir müssen fair sein. Oh! Der ist weg! Der ist weg! Chats, wir haben heute aber Gäste. Ihr seht, hier sind 1, 2, 3, 4 Bubble Balls. Wir sind nicht zu zweit, ne? Wir werden hier nicht Fußball spielen. Wir haben verschiedene Challenges, alles vorbereitet, ne? Wir werden hier nicht zu zweit machen, sondern wir haben zwei Gäste. Leute, das ist auch ein Duo. Die können zwar nicht so gut Fußball wie wir, aber wir dachten uns kaum. Wir zeigen denen mal, wie man Fußball spielt. Und deswegen sag ich herzlichen Applaus! Wir sind dann realistisch! Jaaaaaah! Hey, was geht ab? Hey, was geht ab? Hey Samy, Samy? alles glatt läuft, damit hier keine Streitereien passieren, haben wir natürlich hier einen aus Indonesien einfliegen lassen, da wer ist es? Jawoll! Konedios! Ich schwöre, hier sind so viele Menschen hier am Spielen, hier sind so viele Leute am Spielen, die gucken uns alle an, die sind alle eben so hoch. Hey Chad, sag mal ehrlich, wer ist größer, Embo oder ich? Bist du so klein? Mit dem Schiri was besprechen, Bruder. Ja bitte, bitte. Guck mal, jetzt machen diese Dribbler-Fimmel, wisst ihr? Was ist das denn? Alles gut. Hey, das bleibt unter uns, Bruder. Also auf so eine Art und Weise machen wir. In der ersten Challenge fangen wir ganz einfach an und es wird immer stärker und stärker, also seid gespannt. Also, wir fangen an mit Elfmeterschießen, aber… Bruder, du redest wie so ein ProSieben-Moderator, das gefällt mir mal weiter. Also, aber kein normales Elfmeterschießen natürlich, diesmal haben wir, wie vorhin gesehen, diese Bubbles am Start. Also der, der schießt und der, der im Tor ist, muss einen Bubble anziehen. Deswegen… Ah, Jun, du redest so viel, Junge. Ja, wir machen jetzt beim Elfmeterschießen. Yes. Ja, so geht's los. Brunnen. Ja, Brunnen. Ja, Brunnen. Ja, Brunnen. Ja, Brunnen. Ja, Hand in Brunnen. Ja, Hand in Brunnen. Es gibt keinen Brunnen. Es gibt doch keine Hand! Nein! Das ist Papier, Bruder! Wie wollt ihr anfangen? Sammy, gibst du erst rein in der Schlechtschaft. In den Tor? Ich bin schlecht? Du hast keine Augen gebrochen, das sagt schon alles aus. Geh rein, Junge! Alles du! Komplett Katastrophe, glaub ich, ne? Wir sind da, Bruder! Wenn wir verlieren, ist alles deine Schuld, ne? Ich sag dir, ich hab nix damit zu tun. Wie viele Schüsse? Jeder drei. Komm schon, guck mal, wenn du jetzt treffen solltest, dann werden die nächsten zwei Wochen alle Burgermenüs auf meinen Nacken gehen. Wenn du jetzt treffen, wenn du jetzt halten solltest, dann liegt der Parami. Mit-Schieß, Typ-Schieß, egal welche! Für Songuldak! Halt auf! Und du dachtest, du gewinnst heute? Jawoll, Junge! Was ist los? Er kriegt keine Luft mehr. Er ist enger drin. Echt? Ey, Jordan, guck mal. Das Einzige, was du machen musst, ist die Ecken aussuchen, Bruder. Mehr musst du nicht machen. Einfach nur schießen. Ey, wir haben von hier geschossen. Nein. Das sind 11 Meter. Ich glaub, da fehlt noch was. Komm, komm, komm. Da war nicht mehr was drin, Junge. Zeig mal. Guter Schiri, ja? Die Entfernung juckt uns nicht. So, Emler, du wirst ihn halten. Er hat ihn gehalten! Stark! Was machst du da? Ich bin groß, als du. Hör auf dir jetzt so zwei Minuten. Bruder, was soll ich machen, wenn du so einen Kokos des Koch hast? Boah, Bruder, ich hatte Corona gestern, ne? Was? Ehrlich? Shit, como esta, Alter? Como esta muy piacho de duro? Ich muss jetzt schießen, Tor machen. Bruder, wofür bist du Mann, Junge? Gib mal Kuss. Gib mal Kuss jetzt. Ich werde dir einen Tipp geben und die Ecke anzeigen. Ey, was hat er gesagt? Linker Hecke, Linker Hecke. Ich wusste es! Emler wird den sowas von reinmachen. Emler wird den reinmachen, 100%. Jordan, ich glaube an dich! Nein, Bro! Nein! Du hast ihn gehalten! Schau, mein Bruder! Nein! Er hat ihn gehalten! Geil! Jetzt musst du schießen! 1-0 für uns! Ja, und jetzt habe ich gehalten! 1-1! Hä? Hä? Nur weil du hältst, ist das doch nicht ein Tor! Hä? Junge! Nein, vielen Dank noch was, ne? 2-1! 1-0 für uns, Alter! Wollen wir mal zwei? Darf ich was mal fragen? Hast du zwei Tore gemacht? Schiri, was sagst du? 2-1 für uns? Ey! Was sagt der Schiri? 1-0! Ja, Junge! 1-0! Nein, so ist der Punkt, der stand gerade! Boah! Letzter Schuss jetzt, oder was? Geh du, geh du, geh du! Die haben einen Schuss noch! Die haben einen Schuss noch! Wer geht ins Tor bei uns? Einer darf schießen! Du gehst ins Tor! Okay, komm! Soll ich schießen, ne? So, hier war der Elfmeterpunkt ungefähr? Ey, Schiedsrichter! Das sind Elfmeter! Na, das ist jetzt ein bisschen zu übertrieben! Hast du recht! Freunde von TikTok, kommt alle rüber! Noch 1.000, es wird 10.000, komm mal rüber! Ja, mach mal hier so! Twitch! Sammy! Denk dran! Dein Vater tricktanga, komm mal! Ja! Ja! Machst du! Ey, Junge, ja! Punktgestand, 1-1, meine lieben Freunde! Genau! Jetzt! Schießt du? Der Emre hat noch einen Schuss! Jordan! Jordan! Ey, bitte, halt den, bitte! Jordan! Nein! Ja! Wichtig! Jawoll! Wichtig! Der schießt! Ja! Was hab ich damit zu tun? Was hab ich damit zu tun? Ich hab da nichts gemacht, Bruder! Was hast du da? Ich hab da gar nichts gemacht, Junge! Also, meine lieben Freunde, ich würd sagen, die erste Challenge geht an BZ und Emre! Jawoll, Junge! Das heißt, 1-0 für die Gäste! Deswegen würd ich sagen, wir gehen zur nächsten Challenge! Und die nächste Challenge ist noch krasser! Es wird noch heftiger! Ich würd sagen... Schiedsrichter, du musst aufpassen, ne? Ja, ja, ey! Fair play, fair play! Safe! Deswegen... Also, meine lieben Freunde, wir fangen jetzt an mit 2 gegen 2! Das heißt, die Verteidiger werden sich so ein Bubble anziehen! Also, zwei Leute! Und dann, als Beispiel jetzt, die Sammy und Jordan als Angreifer würden versuchen, ein Tor zu schießen! Ja! Ab dem Strafraum darf man nicht mehr schießen, sonst wird es auch ein bisschen zu einfach, ne? Deswegen, ich wünsch euch viel Glück! Weißt du, was die Taktik ist? Auf jeden Fall, ja! Du lupst den Ball einfach über die! Die sollen kommen, die sollen kommen und dann lupst du den Ball einfach über die! Ins Tor! Ich... Ich schlenke die ab! 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 Junge, du hast bei Rot-Weiß Essen nur so gespielt! Du machst das! Du musst das heute machen! Heute oder nie! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sammy! Tschüss! Sammy! Ja! Ja! Ey, der war nicht! Wie der war nicht? Doch, der war! Doch, der war! Der war da hinterher! Der war drin! Ihr habt gesagt, ab hier darf man nicht schießen? Du warst zu mir hin? Nein! Ich sagte, ab hier drinnen nicht mehr schießen! Nächstes war nämlich auch Geld mit! Und musst du jetzt überbieten, ne? Noch mal Replay! Replay, Johnny! Ja, okay! Replay? Wie? Replay! Ey, Junge, Alter! Nur weil Emre kein Fußball kann, ja? Ihr dürft nur im Strafraum drinne schießen! Okay, in diesem Eck! Schieß! 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 Oh, Sammy! 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 Ey! 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 Ey, Sammy! Ja, wir hatten den! Wuhu! Wuhu! Komm schon, Baby! Ist doch noch... Die ist zu spät! Sammy! Oah! 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 Ey, Junge, ja! Ey, ist so doof! Ey, geschafft! Okay, ich halte Sammy fest! Sicher? Sicher? Das bin ich mit dir? Ja, dann muss ich doch Sammy stellen! Chiri! Alter, du kannst nicht mehr, Junge! Oah! Der kann nicht mehr! Auslärmste Spieler! Wie ne Katze! Wie ne Katze! Oah! 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 Ey, ey, der Ball! Oah! 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 Ey, das kann doch nicht sein, dass wir verlieren, Bruder! Also, wir dachten schon, ihr seid schlecht, aber ihr seid noch schlechter als gedacht! Ist schon das Ende? Mein Vater hat immer gesagt, wer zuletzt lacht, lacht am besten! Ey, wir müssen ein paar Autogramme verteilen, ist okay? Ja? Weil wir haben schon gewonnen! Sogar richtige Trikoren! Wie heißt du, wie heißt du? Eiers, Eiers! Ey, welches Team seid ihr? Was? Nein, nein! Team John oder Team BZ? Ey, nichts solches! Ja! I love you! Alles gut, du hast richtige Trikoren! Ach, du bist ein Bruder, Fennel! Was ist denn? Saby! Ja! 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 BZ kriegt keine Luft mehr! BZ kriegt keine Luft mehr! Oh mein Gott, BZ geht hoch! Oh mein Gott, BZ ist oben! Danke, bitte! 3, 2, 3! Oh mein Gott! Ey, ey, ey! Hilfe, Hilfe! 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 Ja! Bruder, ihr habt keine Luft mitbekommen! Jawoll! Ey! Das ist ja Sportfällig! War der drin? Der war drin. Bester Mann, Junge! Ja! Letz, Aktion! Jetzt mach einen für mich, ja. Messi! Hinten, hinten! Hinten, hinten, hinten! Greif an, Mann! Greif an, Mann! Greif an, Mann! Greif an, Mann! Ha, 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 ha! Come on! Sammy, Kopfball! Kopfball! Vorbei! Vorbei! Verloren! Over! Verloren! Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Alter! Hinten! 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 Ja! 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 Das Problem hierbei ist, dass ihr den Ball Volley treffen müsst. Das heißt, direkt in der Luft. Jemand muss flanken, direkt in der Luft schießen. Dabei muss der Torwart und der, der schießt, auch so einen Ballon anziehen. Aber der, der die Flanke schießt... Ich würde den Torwart auch einmal nicht, ja? Weil das ist kacke. Einmal ein bisschen Action. Seid ihr Männer? Der, der Schiff, muss einen Ballon anziehen? Ja! Vertraue mir! Vertraue mir! Vertraue mir! Gib mir einen Kuss oder vertraue mir! Ja! Geht er noch? Komm! Jordan! Na, ich will ehrlich sein. Wir wollen auch fair sein, weil Emre und BZ heute Gast sind. Und macht Emre gleich Glatze. Oder Boxerschnitt. Was? Ja wirklich, das ist ein Gastritual. Eine einzelne Chat. Warum? Okay, wenn wir gewinnen, dann machst du Glatze. Jordan, I love you. Ich liebe dich ja. Nein, was wir jetzt wirklich machen, Verlierer kriegt Arschfetzen. Was ist das? Arschfetzen? Ich weiß, ich möchte auch für Arschießen. Arschfetzen? Arschießen, Junge. BZ und Emre Arschfetzen. Komisch, komisch, ja. Komisch, komisch, ja. Hat der auch gemacht, der war bis hier. Das war dein Foul. Du hast den Ball hier gehalten. Ja, okay, tut mir leid. Ah, schieb! Ah, nein! Chat, ein Applaus für BZ-Schuss, ehrlich. Geh mal her. Geh mal her. Was machst du? Drei, zwei. War drinne. War drinne. Guck mal. Der war drinne. Ja, der Aachen natürlich macht das keinen Sinn. Aber Jordan hat doch gesagt, lass sie. Deswegen, wenn der eigene Spieler sagt. Aber was machst du denn da? Was denn? Darf der nicht? Ey, der darf nicht bis hier. Warum? Mein Fünfer. Ich wollte gerade sagen, ey, nach hinten ohne Torwart raus. Ja, dann sag das doch mal. Setz dich doch mal durch, Junge. Was bist du für ein Mann? Aber was bist du für ein Mann? Halt die Fresse, ich rede gerade mit einem Mann. Ey, aber so, ne? Hey, hey. Okay, komm, komm, komm. War da nicht so angeküssen? Das war ein Test. Das war ein Test. Wie hättest du noch rein? Ich bin erst danach. Ja. Oh, der C. Ey, vorbei. 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 Ich hätte hier sind. Ehrlich, dieser ist vorbei. Vorbei. Was machst du denn da hinten? Du stehst da 10 Meter von der Platz. Da kommen doch nie hin. Jawohl. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Was? Mach mal ne Schranke genau hier. Was gibt's jetzt schon wieder zu meckern? Darf ich, mach mal, mach mal. Vielleicht wohnt der da gefoult. Vielleicht, wenn ich will, ich mach von hier. Hey? Der wohnt da gefoult. Hey, hey, hey. Komm, aus Faires Halberei, weil hier gemeckert wird. Das ist einmal mal von hier was. Halt dran! Boah! Ich hab eigentlich noch ein Dings, aber wenn ihr mir das nicht gehört, gönnen, dann ist okay. Hey. Frag mal, frag mal mit. Für den Schuss? Ja. Ey, BZ. Jo. Wenn du richtig nett wärst, ne? Bin ich nicht. Nie. Aus Prinzip schon nicht. Nee, weißt du, die Tschechers sind sowieso voll. Ist nicht meine Art. Wenn du die Community magst, willst du mir einen Schuss gönnen. Ich liebe die Community, aber es gibt keinen Schuss. Du musst dir vorstellen, ihr habt gerade, ihr habt zwei Punkte, ne? Ja. Weil wir krass sind, sei ehrlich. Nein, nein, guck mal. Wir haben 0. Ja. Weißt du, was cool wäre? Die schenken uns jetzt diesen Punkt. Der Schuss, der steht 2-1. Und wenn wir jetzt diese Challenge gewinnen, 2-2, dann gibt es ein Stechen. Oder? Wenn ihr jetzt gewinnt, ist es ihr ein Stechen. Meine Fans wollen ein Gruppenfoto. Die sind zwölf, die sind so groß wie ich. Ja, geh mal schnell weg von dem Bruder. Ich dachte, sie schritten nicht aus dem Herbst. Nein, was läuft denn da? Oh, was ist? Komm, komm. Leg zurück! Leg zurück! Glutnetze! Glutnetze! Oh, scheiße! Hey! Hey! Geh weg! Geh weg! Oh! Oh! Oh, shit! Mein Vater hat mir so eine gegeben, ja? Müssen wir überhaupt noch weiter spielen? Wir haben 3-0. Außer ihr sagt, ihr gebt uns noch eine Chance. Die drücken gerade auf Tränen. Oder ihr macht das jetzt als 2-2. Oder holt schon mal Rasierer, wir machen einfach Bart. Wer hat nun mal Rasierer gesagt? Du hast doch gesagt, du machst die Glatze. Wir haben gesagt, Embriss. Nein, auf, komm mal! Er hat gesagt, doch. Du machst Glatze, er macht Bart ab. Ich hab gesagt sogar, oder Arschfetzen. Also mit dazu. Ich frag jetzt eine Sache auf ganz Twitch-Deutschland. Wenn ihr Männer seid, machen wir auf 0. Wir machen ein Spiel 1 gegen 1 bis 3. Der Gewinner ist der Gewinner von allen. Alles oder nichts. Wir 1 gegen 1. Alles oder nichts auf den ganzen Platz. 2 gegen 2 oder 1 gegen 1. Also 2 gegen 2. Ihr beide gegen uns beide auf ganzen Platz. Unser Tor, euer Tor, ein Match. Aber wie denn? Ohne Bälle? Aber wenn ihr verliert, muss ihr Bart weg, Mann. Guck mal, hör mal auf jetzt. Uuuuh! Das ist die Voraussetzung. Aber wir haben keinen Rasierer, ehrlich. Ja, ich dachte, ihr habt einen im Auto. Was sagt ihr denn jetzt? Nein, ich schwöre, wir haben keinen. Okay, dann in eurem nächsten Stream. Das hier. Nur Seiten, bist du dabei oder nicht? Ja, ich bin gerne dabei. Nein! Du musst auch den Hand geben. Nein! Der Einzige, der den ganzen Platz verdienen kann, ist nur ich. Nein! Oder ihr verliert jetzt beide. Wir haben schon gewonnen. Wir machen einfach Arschis. Ey, die haben einen Rasierer. Wenn ich verliert, war mein ganzes Bart weg. Du machst mein ganzes Bart weg. Ich sag dir was. Ich sag dir was. Ich sag dir was. Schleuzer bin ich dabei, aber ganzes mach ich. Guck mal, ey, wenn ihr euch entschieden habt, sagt uns. Ich schwöre, weil ich schneide euch. Wir haben drei Punkte. Aber ich, ich kenn den. Der macht das nicht, ja? Der macht Schleuzer. Ist schon krass für den, ja? Alles gut, dann verliert ihr mit 3-0 und geht durch. Ich hab keine Ahnung. Ich schwöre. Ich schlur bei dem Unterbaut, wenn ich mal in so eine Situation gebracht bin, Bruder, ja? Der Typ hat nichts. Der hat nichts. Ja, deswegen hab ich schon nichts gemacht. Du bist aber kacke, Bruder. Bruder, der hat schon eine Bestrafung. Der hat noch nie Jahre gehabt. Wow. Vertraglich. Du hast die Hand gegeben. Ja, Junge. Ja. Ey, stark. Aber wir haben schon zugestanden. Vertrag ist Vertrag. Vertrag ist Vertrag. Vertrag ist Vertrag. Hey, wir sind hier nicht auf dem ausländischen Basal immer. Wir sind hier nicht auf dem ausländischen Basal. Ne, ne, ne. Darf ich noch kurz was für die Kamera sagen? Mich interessiert das gar nicht, dass mein Bart abgemacht wird. Der wechselt in drei Tagen zurück und ich hatte das erste Mal im Bart. Also alles gut. Bruder, wenn ich will und wenn du mich aufregst, mach ich einen Tuch. Nein, aber Bruder. Versprochen, Chad, wir gewinnen. Wir holen das Ding. Wir holen den Pott nach Hause. An alle Zuschauer. Ich bin schnell. Du rammst gerade um. Ich bin schnell. Genau das wollte ich hören, Alter. Gib mir mal einen Kuss, Junge. Hey, hör doch auf. Ja, ich finde ich kurz an etwas vorgesehen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Semi! Semi! Ja! Ja! Genau so! Bruder, unsere sehen aus wie Müll heute. Bruder, bei mir auch. Ich sehe nichts durch, ja? Ey, ich schlag bis jetzt nicht einmal auf den Boden, ne? Ja. Junge, nimm doch! Hinten! Hinten! Semi! 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 Ja! 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 Semi! Semi! Ey! Ey! Ja! Ja! Chilt, wenn wir noch einen Tor machen, haben wir gewonnen, ja? Ready! Komm, für Gomma HD, komm! Darf ich von hier schießen? Emre! Semi! Oh mein Gott! Nein! Geht drauf, geht drauf! Das ist dein Bart, nicht mein Bart! Tor! 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 Aber dann müssen wir jetzt durchziehen, ja? Dann schick doch! Nein, nein, der rennt! Los! Nein, nein, nein! Der ist ein Schummler! Nein, ich schaue auf alles rein! Ich schaue auf meine Mutter sogar! Ich habe gesehen! Ja, ich schwöre auf alles! Du warst außerhalb! Nee, ich habe aber den Ball nicht! Hallo! Doch, der Ball war hier! Ich schwöre auf alles! Miese Schiebung! Schiri ist gekocht! Schiedsrichter! Geht's los, Schiedsrichter? Das ist die richtige Schiebung! Mehr Schiebung geht nicht! Semmi! Semmi! Komm, Emre! Komm, Emre! Ja, komm, Emre! Komm, Emre! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich schick! Spiel Emre! Komm, Emre! Komm, Emre! Komm, Emre! Komm, Emre! Komm, Emre! Ich hab extra gewartet, ich schwor auf meine Mutter, bis er hier war, ich hab extra nicht geschossen, ich hab von dir geschossen. Kameramann, hast du das gesehen, sehr ehrlich? Guck mal, ich bin ehrlich, selbst Kameramann sagt, wer war außerhalb. Ich will diese Wiederholung sehen. Ey, Klip schick das, ich zeig dir das später. Ich will das jetzt sehen. Schick das auf Instagram oder so. Gib mal mein Geld wieder, Cousin. Was macht der da? Zwei Tosen, das ist hart, ne? Ey, leider sehe ich das nicht auf der Kamera fest. Komm Vincent, du schaffst das. Lauf! Spaß, Junge! Sammy! Ey! Nein! Wow, da war! Emre! I love you! Klar! Soll ich einmal machen? Ey, ich will nichts sagen, ne? Was? Der Ball lag gerade hier. Ich hab meine Wut ausgelassen. Aber im 16er haben wir auch keinen Ballschiedsrichter. Das ist doch eure Sache! Hallo! Hallo, chill mal jetzt! Dann haut die Bälle gleich weg da. Ey, ich glaub... Für Emre's Barth, komm! Spiel! Oh, Emre's sauer! Emre's sauer! Come on, Emre! Oh! Oh! Sorry, Bruder! Oh! 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 Let's move it, move it! Ja, wir wollen Team Sammy und Joggle gewinnen das Match 2 gegen 2! Ey, guck mal, ich bin aber fair, Bruder! Weil Emre und Bezel sind heute gekommen, dafür machst du deine Schnurbel weg! Das mindestens! Ja, ich find das sonst unfair, Bruder! Er hat recht! Er hat schon recht! Oder wir machen beide weg! Was? Wir haben 1. und ihr habt 2. gewonnen! Er macht doch weiter, die Wunderei! Guck mal, die waren fair! Warte mal, Bruder! Die waren fair! Die haben alles zurückgesetzt! Jetzt setzen wir einmal zurück! Und jetzt kann keiner mehr was sagen! Wenn der drin ist, dann machst du nur ein paar Tiere weg! Okay, start! Okay, start! Damit es fair ist, okay? 3-2 für uns! Du bist sowieso nicht fair! Komm! Sammy! Ich bin der Film, ja! Wuhu! Und Baby, Baby! Helmle! Was? Nächstes Mal? Nächstes Mal? Oder wie 10? Was? 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 Bei mir war nächstes Mal den Stream, aber ich weiß nicht wie wir! Dann lass doch auch! Bei mir! Ich könnte nächstes Mal bei euch im Stream dann! Okay, okay, okay! Dann machen wir so! Das ist dein Bart! Wenn ihr die Wüsten wollt, wann genau das passiert, könnt ihr euch gerne auf Instagram folgen! Ey! BZ jetzt ist gut! Kommt! BZ! Alles gut! War Sauerstoffzelt! Alles gut? War Sauerstoffzelt! Stark Jungs! Danke an BZ und Emre! Ey Bruder, hat echt Spaß gemacht! Ich hoffe alles! Danke für deinen Stream! Danke für deinen Stream! Ey! Ey! Nein, wirklich! War geil, ja! Ey! Ein fettes Herz! Schönen Tag! Lasst auf jeden Fall Subs da für die Jungs! Prime Sub ist kostenlos! Und überredet den jungen Mann! Überredet den jungen Mann bitte im nächsten Stream, dass dieser schöne Quart hier abrasiert wird! Egal wie ihr das macht! Wenn nächstes Stream passiert, 200 Subs er macht weg! Versprochen! 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 Okay, tschau, tschau! So, tschau! Freunde, morgen 20 Uhr! Ihr seht uns versteht morgen an! Zeilen bleiben, ihr Freunde! Zeilen bleiben! Zeilen bleiben! Zeilen bleiben! 10 Uhr Hänger! Oh!